Ich habe in dem Buch von Julia Frank gehört, wie viel Autobiografisch ist, wie viel hat sie investigiert, wie es diese Filme generiert. Ich bin ein Jahr lang in so einem Notaufnahmelager und habe dort so lange gelebt. Das ist nicht unbedingt gewöhnlich oder normal gewesen, aber es gab eben doch eine ganze Menge Leute, die in diesem, ich nenne es mal, Zwischenort gestrandet sind. Und diesen